Was geht ab, ihr Ganschi? Willkommen zu bisher nur in Folge TRIESFUSION! Jawoll! Das Neueste! Einfach weil's geil ist! Das Neueste vom Neuen! Ist das denn jetzt immer noch die Zukunft? Solange der Song Texas sagt. Ok. Zukunft ist iconic. Hey! Oh! Irgendwie ist das anfahrende Kacke. Ok. War aber auch doof. Slow. Komm. WTF? Ja, wow! Wer ist das? Das kann nur wieder Peter Smith sein. Oh. Oha! Shit, das war dumm. Ok. Hm. Was sagst du was da, du war dumm? Aber bist du, warst du auch an der, an der Schräge? An der Solarschräge, sag ich's mal? Ne, leider nicht. Ist ne lustige, also, der verbindet sehr viele Elemente random miteinander. Aber war gut da. Ach, das meinst du mit war dumm? Oh! Oh! Peter, weißt du, wenn er konzentriert ist, er unaufhaltbar. Und einfach gar nichts sagt. Ist Peter noch da, oder ist der Mikro wieder kaputt? Oh Peter, der Mikro ist glaube ich wieder raus. So cool Leute, was geht ab Freunde? Alles klar bei euch? Komm in der Falle! Peter willst du hier nicht mal ein neues Mikro kaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er selber gespielt hat. Bestell ich das jetzt noch zu mir? Der PC muss für dir bestellen, Peter. Ja, das stimmt. Na, ich kann das auch für dich annehmen. Schaffst du noch, Jay? Wie lange sollen das wieder dauern? Let's the move jetzt. Ja stimmt, das geht ja eigentlich viel schneller. Oh, das war fies. Könnte er noch schaffen. Immer noch, immer noch. Aber er darf jetzt nicht nervös werden. Ah, nicht nervös werden. Sonst reicht zeitlich nicht. Oh Gott. Haha, Brahmin. Gereicht. Man weiß ja immer, ob ab und springen an ist oder nicht. Weißt du auch? Das steht auch. Ja, ich achte da aber nicht drauf. Ja gut, deine eigene Dummheit kann ja ich da nix für. Jaaa. 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 Ich nehme jetzt wieder weg mit deinen Fans, Junge. Bla, bla, bla. Du hast mir erwischtet das. Jetzt ist es wieder aus. Also Symbolic Attempt. Oh, das sieht cool aus. Oh Gott. Ich glaube wir müssen nach rechts. Ich glaube wir müssen nach rechts. Eine Vermutung. Die Gravität ist doch schon wieder anders hier. Das ist eine sehr beruhigende Map irgendwie. Ich finde, das geht so. Mich sterft die. Ach, da kann man sich den Kopf stoßen, ach wie behindert ist das denn? Dabei haben wir den Helm an, das verstehe ich gar nicht. Nein! Echt mal. Wie macht man das denn? Also bei Trials finde ich lernt man als Motorradfahrer Helm, wir bringen eh nichts, da kannst du auch ohne Fahrrad. Da hast du recht. Nein! Hau? Das war ja gemein. Das kann doch nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Oh nein! Warum lichtet sich denn immer auf die Schnauze? Das ist ne geile Strecke. Im Fall mal... Was anderes. Genau, was anderes. Aber ich mag prinzipiell den, äh diesen... Spiel nicht? Oder was? Ne, die Perspektive. Meinte ich eher. Ach so. Die magst du oder magst du nicht? Ne, den mag ich nicht. Alter, da sind doch echt ein paar Schickels. Irgendwie wirkt das wie so ne Puzzlestrecke. Du musst halt schauen, dass du richtig fällst und so. Komm, ey! Ja, endlich! Mensch! Jawoll! Jetzt kommt einer der besten Stellen, Peter. Bin ich mal gespannt. Hier war ich schon. Ich bin gestorben. Trotzdem. Einer der besten. Den Weg nimmt er. Okay. Ich kann dir rechts rum empfehlen. Die Schnauze, Bram kommt da jetzt. Links. Meint ich. Oh, Peter. Ah, Bram nimmt auch links. Boah! Und jetzt schwanger. Ja, ja. Peter, genau so. Mach ihn! Ja, ihn! Oh nein. Das ist ja spannend, Peter zuzugucken. Das werden wir nicht mehr schaffen, oder? War auch nicht mehr viel. Also, es wäre noch das, was Peter macht, kommt noch einmal. Und danach ist eine Rampe zum Ende. Wow! Das wäre dann nochmal dasselbe. Es war nicht mehr weiter. War nicht mehr weiter. Ah, coole Strecke. Ah, coole Strecke. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Ne, war eine schöne Map. Wollen wir mal sagen. Oh, jetzt kommt ein Extrem. Ja, endlich mal. Was? Passend zu den Temperaturen. Genau. Stimmt. Was sind ein Degres. Wenn man auf die Map hot ist. Das sind so Kaubonbungs. Oh, Degres. So wie Skirots. So wie Dragees, weißt du? Oh nein, oh nein. Hast du es noch erklärt dran? Der wird zwar vorher schon gut. Ja, aber dadurch hat er nicht verstanden. Der kein Französisch. Nee, eben. Das ist... Französisch ist eher so euer Ding. Boah! Mit. Ah. Wollt. Hätte ich früher machen sollen. Shit. Ich glaube, beim besten Versuch, diese Rampe hier hochzukommen, habe ich instant versaut. Ja, nice. Ach du Scheiße, da hinten der Reifen ist. Kann schon. Da hinten der Reifen ist... Krass. Wie spawnt man denn hier? Ja, auf dem Reifen spawnen. Ah! Okay, Moment. Dann muss es... Das, was ich mache, ist dumm. Der Reifen hat auch noch nicht gecheckt. Ram, da sind übrigens überall Cannabispflanzen im Hintergrund. Das ist jetzt schon aufgefallen. Du willst ihn ja nur irritieren. Nee, das ist noch nicht aufgefallen. Ach du Scheiße. Peter, hilf mir mal hier raus, bitte. Ist noch nicht da. Ach du Scheiße. Das habe ich für's Troy gemacht. Das mit dem Reifen war jetzt ja nicht so schwer, ne? Du spawnst gleich nur öfter da drauf. Außer du kommst halt jetzt gut durch. Stimmt. Du kommst nicht drauf. Ich bin mir auch noch nicht. Ah, da hatte ich kurz Kontakt. Das habe ich verkackt. No, no, no. Und dann ... Fliegen. Was ist denn das? Was? Dann crasht der? Oh nein. Zurücksetzen ist ja richtig kacke. Dann bist er wieder hier. Oh. Scheiße. Ah! Ja, du hast es geschafft, da hochzukommen. Ja. Oh. manche die reifen diese wand hochzufahren ist ja mal komplett behindert schwer ja warte mal ab kommt er danach da ist noch nicht vorbei leider danach muss weiter muss springen und dann weiter hochfahren ja genau das meine ich halt auch also die andere war erste man ist nicht so schwer versteht aber die zweite wand daran hängen zu bleiben finde ich echt schwer no 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 nein aber hey bei mir bin ich zweiter weil da nun weder bei mir am start stehen das gute motivation okay das ist ich hatte das schon mal aber es reicht nicht Oh! Uff. Das... Okay. Der Hoppser ist es, aber... Nein! Wer ist denn das jetzt? Ich bin das. Warum? Was denn hier? Nein! Ah. Gibt's doch nicht! Ah. Erstmal... Finger... Entspannen. Scheiße. Ja! Nein, ich war an der Wand! Fick dich! Scheiße. Warst du das schon öfter oben? Oder hast du das gerade das erste Mal geschafft? Das erste Mal, dass ich sozusagen oben drauf stand. Aber... Bringt mir nicht allzu viel. Du musst es fast in einem danach machen. Wird noch schlimmer. Auf jeden Fall, versuch den Schwupp danach. No! Eyo! Ach. Hast du es gemacht? Ne. Und dann bist du wieder hier, an dem spaßigen Spaß. Nein! Nein! Oh jei, du bist da ganz hoch! Ich... So ne Kacke! Nein! Nein! Ich hasse extreme Maps. Kann ich gar nicht verstehen. Aber extreme Maps sind auch cool. Da lernt man jetzt mal was. Ja, ist auf jeden Fall cool. Aber nicht, wenn man die ganze Zeit an diesem Scheiß-Ding hier hängt. Wenn es wenigstens so einen Button geben würde, dass du dann am Ende sagen kannst, Hindernis überspringen, aber dann kriegst du keine Punkte mehr. Das wäre ja ganz nice. Ja, irgendwie sowas. Mensch. Ich will ja mehr lernen, als jetzt hier die ganze Zeit den 150 Versuch an einem Hindernis zu verbattern. Ach, jetzt komm ich da gar nicht mehr hoch. Ja! Jetzt schaff ich den Sprung halt einfach nicht mehr. Ja, geschafft! Christian, wie hast du das gemacht, Christian? Äh, ich hab mal einen fünftigen Sprung hingekriegt. Ist der erste Sprung entscheidend, dass du den direkt bis auf die Wand kriegst, oder was? Ne, der erste ist relativ latken, weil du danach... Komm ich da auch nicht mehr hoch. Ich schaff das einfach nicht mehr drauf. Das ist die Lücke, die da ist. Also besonders schnell war ich jetzt auch nach dem ersten nicht. Okay. Ich hatte mich bei dem zweiten aber mit diversen Male von dem Rufwärts einzuhaken. Aber der ist nicht voll hervorgeholt gewesen. Es ist ja jetzt vorbei. Die Federung ist kaputt. Ich mach ein neues Motorrad. Ich komm da auch nicht mehr drüber! Jo, ich hab mich eingehalten. Ja, das hab ich auch schon geschafft. Du kannst halt oben nicht drehen. Ach, das gibt's doch nicht! Okay, letzter war so riz... Ach, ich komm da nicht weiter, ey! Und danach kommt bestimmt nur noch so eine Abfahrt oder so. Ja, danach musst du nur noch laufen lassen. Äh, nein. Laufen lassen. Das ist der nächste. Das ist der nächste. Ich hab's, Brahman! Hey, da oben ist ganz schön. Also wenn du da ganz durch bist. Ganz oben! Nice. Schön da. Heute bist du gut in Form. Bin da auch noch an der Wand? Ja, ich bin auch noch an der Scheißwand. Siehst du mich denn die ganze Zeit? Die Lücke mit den komischen Balken, die check ich nicht. Äh, ich seh dich halt nicht. Ich seh dich halt nicht. Ich seh dich für Christian. Eriks wird schon genug. Also hast du auch noch zwei da. Da kann man sich mal was abgucken. Mach ich das denn richtig? Deiner Meinung nach? Weiß ich nicht. Ich versuch das schneller, weil mir das zu lange dauert immer, um sich da hinzustellen. Ah, ihr seid an der Wand mit der, mit der, mit der schrägen. Mit dem Stück drin, meine ich. Ja, mit dem Stück drin. Ganz langsam. Ja, aber da musst du ja den Sprung machen. Also die erste Wand ist nicht das Problem. Der, der starb dann. Ach, ist einfach den Doppel... Ah, okay. Alter! Ich hänge jetzt hier so zwischen den Stühlen. Das ist ein bisschen so. Yes! Ah, der ist wirklich geschafft. Alles gut, Arno. Respekt. Dankeschön. Ja, du schaffst es nicht so zu drehen, wenn du da mit mir hinterher hängen. Wann kannst du mir erklären, wie ich, wie ich, wie ich den Sprung machen muss? Ich kann ja nicht sagen, wie du den Sprung machen musst, weil ich das nicht sehe. Da musst du... Du nimmst jetzt Vollspeed und dann machst du wirklich einen doofen Bunnyhop oder so. Also so, dass du halt wirklich nur hoch springst. Ja, aber das schaffe ich halt. Also ich komm halt nicht. Jetzt volle Möhre und Sprung. Ja. Okay. Krieg ich halt überhaupt nicht hin. Ich hab's nicht mehr geschafft, aufzukommen, Dado. Versuch mal das Vorderrad über dem... Also die Kante... Damit du nach rechts halt abspringst, weißt du? Kurz bevor du abspringst, das Vorderrad... Ah, ja. Hoch. Hoch. Ja. Okay. Das ist eine gute Idee. Ah, shit. Äh, ist der halt einfach nur verschwommen. Idee? Ne. Ja. Irgendwie hat das nie gereicht. Immer nur bis dran. Aber nicht bis so halb drauf. Zweiter. Geil. Ja. Die war schwer. Die war krass, auf jeden Fall. Oh, jetzt kommen wir zu Christian. Oh, jetzt kommen wir zu Christian. Warum? Ja, alles. Lol. Ich hab mich direkt auf die Schnauze gelegt. Der geht doch richtig steil, ja? Oh, Mist. Alter. 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 Ach, stopp. Fahrzeug für Peter Dinklitz, ey. Also hier reicht eigentlich auch halbes Gas. Oh. Da war ein Fehler. Ja. Da komm ich über die Rampe da nicht hoch. Ach du Scheiße, man fängt immer von vorne an? Ne, es gibt eh, also es gibt einen. Wasch nicht rein. Fuck. Oh. Jetzt leg ich es doch mal nicht auf die... Oh. Jo. Einfach zu fack der Wurst. Alter, hä? Alter, hä? Ich weiß gar nicht, ob ich jemals mit dem Ding gefahren bin vorher. Ja. Seriös. Oh, reichsamer. Oh, Gott. Ach, hier ist der Checkpoint. Donkey, Donkey, Donkey. No Gas. No Gas? Dein Ernst? Ja. Ja, ja. Ja, statt No Gas. Nein. Das hab ich wieder verlesen. Nein. Das hab ich wieder verlesen. Der macht aber Gas. Der macht aber Gas. Ich mach Gas, ja. Ich mach Gas. Ich mach Gas. Ich will Gas, ich will Gas. Du bist ja mit den Tricks mit Einhaken. Ja, ich komm doch nicht hoch. Einmal die ganze Zeit nach vorne bergen. Ja, ist doch locker. Diese Donkey ist aber auch behindert. Ja, das fällt halt super schnell um die Kacke. Jetzt warm. Ja. Ja, no shit, ey. Uiuiui. Der ist ja so ein Umluftwälzer. Der ist ja so ein Umluftwälzer, Alter. Die Power hat die 2400 kW Waze Maschinen im Hintergrund. Was ist das? Yo, da hab ich erst mal richtig geil gedreht. Ja, war richtig. Ja. Ja, aber falsch gedreht. Also, zu wenig gedreht. Achso. Ich weiß was du meinst. Ich hab das auch gemacht. Oh no. Was ist das denn jetzt? Wackelt da einfach so die geile Schlange rum. Sag sie. Das hier ist doch wieder Peters. What the? Ja, das hab ich mir auch gefragt. Oh ne. Ja, du gibst nicht so viel Gas. Warum? Damit ich dich nicht überholen. Genau. Warte. Du musst bremsen. Gibt's an mich, dass ich jetzt nicht hochkomm? Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Schön, bitte. Der sieht gut aus. Jetzt gib nicht so viel Gas. Warum nicht? Weil du dann den Schwung mitnehmen kannst. So. So. Weißt du, wenn Hardcats gibst, so wie ECTA, dann kommst du langs. Gut, haben wir jetzt auch nichts gekostet, ne? Ja, ne. Ihr weiß doch keiner, ne. Aber stell dir vor, das wäre richtig knapp. Ja, das stimmt. Stresst du meine Champions League Qualifikationsplatz. Das ist kein Fußball, Jay. Schaffst du, Christian? Doch, doch. Was ist Champions League Qualifikationsplatz? Der vierte. Ja, Christian. So viele Punkte wie... Ich schaff das noch. Ne, theoretisch. Äh, ne. Ne. Wuuu. Ey, irgendwie war da... Na, da doch. Mach's heute gut aufgeräumt. Definitiv. War mal ein guter, ein guter Run. Grüß Dippke. Ja, wenn's euch auch gefallen hat. Na, lass den Like dann. Tschüss.